Hallo zusammen, ich präsentiere euch einen alten Bekannten, den Nike Free 5.0 in der Shield-Edition. Ausgestattet mit der namensgebenden Shield-Membran ist der Schuh wasserabweisend und stark reflektierend. Der Obermaterial-Mix aus Mesh und Synthetik sorgt für noch mehr Halt und Komfort. Ultraleichte Flywire-Fasern umschließen den Fuß sockenartig. Einen sicheren Halt gibt dir die asymmetrische Schnürung des Schuhs, denn sie folgt der natürlichen Anatomie des Fußrückens. Das Besondere am Nike Free ist natürlich die innovative Sohlenkonstruktion mit seinen tiefen Flexkerben. Sie gibt dir einen großen Bewegungsspielraum und dein Fuß kann sich frei in jede Richtung bewegen. Diese große Flexibilität erzeugt einen zusätzlichen Trainingseffekt für die Fuß- und Unterschenkelmuskulatur. Der Nike Free 5.0 Shield überzeugt als Trainingsschuh im Alltag und als Zweitschuh beim Lauftraining. Du bekommst ihn, genau wie alle anderen Nike Free Modelle in den unterschiedlichsten Farben in deiner Runners Point Filiale oder direkt hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com & Disney Und zum Mm opportun decir iniała &is zur oder &is Vielen Dank.